Gibt's gut? Wunderbar? Ja, sind wir in Ulm. Wir können jetzt einfach mal einmal möglichst unauffällig durch Deutschland reisen, schöne Kostak zu spielen. Betrachtet euch als Eingeladen ins Wohnzimmer, macht es euch wirklich bequem. Es wird kein Programm geben, Marke Greatest Hits oder sowas. Wir spielen auch ein paar Stücke, die man kennt. Wir spielen aber auch einige Stücke, die wir endlich mal spielen wollten und dazu später mehr. Wir spielen uns Du Problem. Okay. Aber glaub ich eigentlich, wer du bist. Okay. Wir spielen uns mal gerade warm. Eins. Der Didi muss noch keine Stimme haben. Learning by the way. Gut. One, two, three, four. Und. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Die Fantasie war noch wunderschönsgefühlt, wie ihr seht, am Weltzahn. Und Sprücher bleibt, wie sie von dir nie hören. Nur an Schleunen hast du dich durchgefüllt. War doch so am Morgen, um Alter zugehört, hätt' dich je interessiert. Jetzt werden's drei, ich durf' und unvervolle Stift und von der Bühne los, hier seh' ich das liebst. Verlieb' und ständig liebst. Jetzt, wenn du auf die Reis durch die Rennung gibst, bist du da, wo du gefüllt, in dich stehst. Na und hezt, na und lebst. War das so am Morgen. Und war das ruhig, ich mach' mir rühren. 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 Wenn du dich los bürokt, bist du da, wo du nicht zuhause gehst. Und war das ruhig, ich mach' mir rühren. Amo Weil es erst mit dem ist der da neben dem Zu Jetzt Rennst du Jetzt und du verfolgt Und von der Bönus Wie es ich da siehst Hör dir los Und stell dir die Lust Jetzt Wenn du auf die Reis Versteh'n und jetzt Bist du da Wo du Gefühle in dich stehst Gar am Weg Gar am Weg War es Verordnung Und weiter zugehört Hätt' dich noch gewirrt Wie Nee Ja Wie du Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020